Peace Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal frohe Ostern an alle und heute haben wir einen neuen Icon Player Pick, den wir, oder wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon bekommen haben. Ich nehme das Video hier noch um 14 Uhr auf, zumindest hier den ersten Part, weil ich ein paar Packs habe, die ich auf jeden Fall vor 19 Uhr öffnen muss. Einfach, weil ich Futter brauche. Wer das Video von gestern nicht gesehen hat, kurz vorweg, checkt es auf jeden Fall ab, weil die Live Raction ist legendär. Ich blende euch jetzt das Bild ein, wie mein 650K Shop Pack aussah, also dieses 85, nein, 60 mal 85 plus so rum. Es war so ein geisteskrankes Pack mit Charlton, der noch drin war und zu dem Zeitpunkt noch 2 Mio wert war. Ich glaube, jetzt liegt der gerade bei 1,8, 1,9. Aber okay, lasst gerne ein Like da, das würde mich freuen. Lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein, Freunde. Ich habe, wie gesagt, ein paar gute Packs. Ich mache die nebenbei mal weg und wir schauen mal, ob was bei rumkommt. Wir haben hier ein 85 mal 2 Pack. Das sollte, ja, Trend sein, vielleicht Double Walkout. Dankeschön, ihr A-Sports. Ich brauche Futter auf jeden Fall für das Icon Pack, weil es werden, ihr habt es wie gesagt schon gesehen und wir werden es gleich auch zusammen sehen, laut Twitter werden Future Star Icons in dem Player Pick mit beinhaltet sein. Und deswegen, ich brauche da Futter. Ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht günstig werden, das Pack. Jetzt haben wir wieder England. Bitte nicht wieder Trend, bitte. Dankeschön. Ich weiß nicht, wer mit Futter Bronze. Aber kein Double Walkout, okay. Weiter geht's. Wir machen weiter mit einem 80 mal 10 Pack. Ja, Chalanolo können wir erstmal skippen, weil es leider kein Walkout ist. Ich habe die Weekend League auch nicht angefasst, Freunde. Diese Woche gibt es von mir keine Rewards. Einfach, weil ich euch gesagt hatte, die Rewards sind so schlecht. Ost am Wochenende mit der Familie. Mein Bruder hat auch Geburtstag. Und da lasse ich lieber mal, sage ich mal, außerhalb hier, wenn ich ein Video aufnehme, die Konsole lieber aus, anstatt da in die tote Weekend League einzugehen. Zumindest wo tote Rewards sind. Fünfmal 83 plus EA Sports. Gönnt mal irgendeine Special Karte zum Event. Ich bekomme die ganze Zeit nur England Rechtsverteidiger. Wieder Bronze. Kann ich jetzt auch in der SPC abgeben. Alter, ist das kranker. Das macht keinen Spaß. Jedes Pack muss ich recyceln. Bitte. Neue Event Karten EA Sports. Brasilien. Casemiro? Ja, Casemiro ist super. Casemiro ist ein sehr starkes Rating. Sowas will ich hier sehen. Guck mal, 89er Futter. Den kann ich perfekt in eine Icon SPC packen. Nochmal 4x84 plus. Zeig mal her. Mané? Mané, oder? Ja, das sollte Mané sein. Alter, wann zieht man mal Mané? Ich ziehe immer Koulibaly eigentlich. Dann haben wir noch ein 2x85 plus und dann haben wir 82x20 Pack. Komm. Hoi Ming Son nochmal mitnehmen. Gött mir nochmal ein Double Walkout. Dann bin ich durch mit dem Icon Pick, Freunde. Ja, gute High Rated Karten im Verein gehabt. Ein Modric und Son. 2,87er. Die sind auf jeden Fall sehr stark. Und jetzt haben wir direkt das 82x20 Pack. EA Sports macht mir ein Ostern Geschenk. Würde mich freuen. Zeig mal her. Schade. England, RV. Ne, rechter Flügel. Okay, aber 87er Rating, wenn es die Frau ist. Ansonsten... Ja, doch, ist sie. Leider kein Double Walkout. Aber okay. Nehmen wir mit, Freunde. Ist ganz okay. Würde ich sagen, Declan Rice ist noch dahinter. Und Thiago Silva noch 84er Duplikat. Okay, wir haben den Icon Player Pick eben um 18 Uhr schon bekommen. Wahrscheinlich halt wegen der Zeitumstellung, dass sie eh das bei sich im System, sag ich mal, noch nicht umgestellt haben. Haben sie den 19 Uhr Content schon um 18 Uhr gedroppt. Und wir haben den Encore Player Pick bekommen. Miguel Gutierrez haben wir bekommen. Girona vs. Betis. Und, ähm, also für das Spiel. Und wir haben Encore Hero Pick bekommen. Äh, nicht Pick, sondern Pack. Das ist wie mit dem Icon Pack unendlich wiederholbar für zwei Wochen. Ist aber halt auch Basis Hero dabei. Deswegen sollte man sich das mehrmals überlegen, ob man sich den mitnimmt. Der Icon Pick kostet 330.000. Ich hab den eben, ja, schon mal fertig gemacht. Da gehen wir jetzt auch direkt rein. Wir öffnen den danach nochmal auf meinen zweiten Account. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, Freunde. Komm, Monitor aus. Let's go. Ich hab noch gar nichts gesehen. Und schmeiß mich hier direkt ins kalte Wasser. Und hoffe, dass wir irgendwas Geiles sehen. Komm, Future Star ist jetzt auch mit drin. Da gibt's noch Winter Wildcard, Thunderstruck und, äh, Totti Icons. Wir haben 99 Kopfballpräzision. Bitte hier, A-Spots. Ah, ich kenn die Karte. Die hab ich letzte Woche gehabt. Äh, nee, komm ich nicht drauf. Aber ich hatte sie letzte Woche. Es ist Backup. Richtig, den hatten wir letzte Woche schon im Player Pick. Dann haben wir wieder 75 Physis. Okay. Wieder gut Kopfballpräzision. Und, ja, nicht so gut dribbling. Ist in Ordnung. Äh, Balance ist halt etwas wenig. Passspiel, Quatsch, Schuss, Quatsch, Tempo in Ordnung. Es ist Lineker. Alter, geil. Jetzt haben die Basis rausgetan und klopfen uns diese scheiß Winter Wildcard in die Player Picks, ne? Und ein Torwart. Ich hab Peter Schäsch, Totti Icon und hab eben Cassias, äh, Thunderstruck abgegeben. Bedeutet, mit Vanistera kann ich genauso wenig anfangen. Oh Gott. Ist das ein schlechter Player Pick. Drei Winter Wildcard-Karten. Was soll ich denn hier mitnehmen? Gar nichts, Freunde. Ich nehm einfach das Rating mit und tue ihn dann in die nächste kommende SPC. Das ist sehr, sehr schwach gewesen. Wir haben den Icon Player Pick jetzt nochmal auf den zweiten Account. Und zwar hat mein Bruder bis vor einen Monat FIFA gespielt, Freunde. Und hat aufgehört. Und der Monat, äh, der Monat. Der Account wurde jetzt im Monat gar nicht mehr, also seit dem Totti sogar mittlerweile zwei Monate, nicht mehr benutzt. Und, äh, so hat er das Team, sag ich mal, sein Team verlassen im Januar. Und das gehört jetzt mir. Messi hat er damals auch aus diesem Bug-Pick gezogen. Äh, Leao, die sind alle untradeable. Die hat er alle damals gezogen. Eusebio abgeschlossen. Sie dann abgeschlossen. Und das Team werde ich jetzt übernehmen, weil das TOTS kommt. Ich werde dann auch wieder, wie jedes Jahr, zwei Recon-Leaks spielen. Auf zwei Accounts aktiv sein. Einfach für die Rewards. Guckt euch mal diese Evolution an, die er damals mitgenommen hat. Wie gut die eigentlich aussieht. Ähm, ja, er hat geile Karten. Oberdorf Team of Dier hatte er auch gezogen. Also, GG. Er hat einfach zwei Tottis gezogen, ne? Diani hatte er damals gezogen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch was wert ist. Aber, ich zeige euch den Account, weil er jetzt in Zukunft erstmal mir gehört. Guck mal, hier mit 97 Füße ist das Rechtsverteidiger Dumfries. Aber, äh, ja. Und wir haben gestern halt noch auf dem Account mit Coins das Pack gezogen, das neue. Und haben Bobby Charlton gezogen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das umbauen. Ob wir den reinpacken. Also, wir müssen eh eine komplett neue Formation und so machen. Aber, wir haben auf jeden Fall einiges jetzt zum Upgraden. Er hat noch Harry Kane, Prinz. Ah, actually, Cola haben wir ja auch gestern im Video gezogen. Stimmt. Können wir sogar noch Coley reinpacken. Obwohl Tio Hernandez eigentlich auch stabil ist. Also, er hat schon ein geiles Team jetzt, ne? Ich will es euch ganz kurz hier zeigen. Was hat er noch? Cola hat er. Er hat die schlechte Version. Francescoli. Ähm, ja. Viel Futter, auch was er noch weg kann. Okocha hat er gezogen. Stimmt. Okocha kann ich auch noch wahrscheinlich einbauen. Ist eigentlich auch eine coole Karte. Wie viel kostet er? Ja, nicht so viel. Ok. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in den Player Pick ein. Und weil auf dem Account so zwei Monate nicht gezockt wurde, habe ich gestern noch so ein 85 plus Free Pack Ashley Cole gezogen. Nächstes Shop Pack war ja geisteskrank. Deswegen glaube ich kann jetzt auch das Pack gut knallen, wenn ihr A gönnt. Weil, solange er nicht auf dem Account gespielt wurde. Und eine halbe Mio hat er noch. Und ich werde alles aufbauen. Neben meinem Main Account natürlich. Dadurch haben wir zwei Accounts auch zum Totzen mit Upgrade Packs und so Action zu machen. Und wir starten rein. Player Pick. Ich glaube jetzt knallt's. Ich hoffe. Ok, Hullit Gang Stats. Alter, 91, 91 und alles über 80. Ist es ein Team of the Year? Es ist ein Future Star. Let's go. Es ist... Okay, Steve G. Ich schau direkt mal seinen Preis nach. Er liegt bei 330.000. Direkt besser. So, nächster Spieler. Nächster Spieler. 90 Dribbling ist in Ordnung. Ja. Nee, nee. Die sagt mir irgendwie was. Nochmal Future Star. Netwet. Okay, I-Spots. Ich verstehe. Einfach mal länger nicht zocken und dann Packlack haben auf dem Account. Und okay, aber 94 Reaktionen, 92 Ballkontrolle. Nur Balance scheißt halt komplett rein. Dann haben wir 90 Passspiel. Nee, keine gute Karte. Van Basten. Okay, aber ich glaube ich gehe mit Gerard, Freunde. Netwet kostet wie viel? Wahrscheinlich nicht über 330. Nee, 70.000. Gehen wir mit Gerard. Obwohl ich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich Gerard spielen werde. Außer er hat irgendwie... Nee, 4, 5 dachte ich. Ich glaube ich werde den halt nicht spielen und deswegen könnte ich auch mit Rating gehen. Aber für ein Rating, komm. Gehe ich mit Gerard, Freunde. Und vielleicht können wir den ja irgendwie mal einbauen. Wir haben 19 Uhr, Freunde. Und wir haben Mia Hamm bekommen. Da gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein. Weil jetzt haben wir so eine Top-Tier-Icon bekommen. Nicht die Tortie-Icon von Mia. Aber auch sie sollte auf jeden Fall noch Minimum, ich glaube 2 Mio kosten, oder? Wir können ja mal zusammen kurz reinschauen. 1,6. Okay, ist gut gedroppt, weil halt auch schon geleakt wurde, dass sie kommt. Vor dem Leak war sie sogar bei 3 Millionen. Also hier so bei 3,2 Millionen. Vor zwei Wochen. Und jetzt nur noch 1,6 Millionen. Also einfach mal um die Hälfte gedroppt. Und wir haben... Ja, es ist Mia, Freunde. Es ist fucking Mia. Werde ich sie mir mitnehmen? Wahrscheinlich ja. Oder 16 Dinger. 60 Tage über das Tods kann man die sich auf jeden Fall mitnehmen. Die sieht schon wirklich gut aus, ne? 5,5. Also brauchen wir nicht reden. Wir kennen die Karte. Kann rechte Flügel, kann ZOM. Meinem Main-Posy-Stürmerin. Ja, Geisteskrank. Ich würde hier gerne auf den Preis warten. Auf Footbins-Preis warten. Weil, ähm... Ja, das schon einige SBCs sind, wie wir sehen können. 90 rated ist erstmal hoch. Aber wenn man einmal so eine 90er-Prinz beispielsweise gerade zieht. Die doch schon irgendwie, äh... Also eine 94er-Prinz so rum. Die oft schon, äh... Also die oft rumkommt. Ich habe sie jetzt irgendwie schon 3, 4 Mal gezogen. Kann man das direkt da reintun, das Futter. Und mit dem Tods-Futter wird sie sowieso dann höher gehen. Deswegen ist es, äh... Sag ich mal, gerechtfertigt mit dem Home-Rating. Ich hoffe nur, sie liegt jetzt nicht über 2 Mio, die SBC. Weil dann würde ich mir die auf jeden Fall nicht mitnehmen. Aber ja, warten wir auf jeden Fall kurz hier ab. Und machen in der Zeit die 83x10-Pics. Wir gehen rein. 83x10. Mit der Nase. Oh, Team of the Week, glaube ich. Kann also... Also bedeutet, es könnte dahinter theoretisch sogar noch Icon sein. Herr Neymar? Ah, Neymar! Und Team of the Week, Junge. Der Account, Freunde. 83x10. Was passiert hier? Nicht, dass Neymar jetzt noch irgendwie krank ist, aber... Alleine Neymar und direkt ein 87er Team of the Week. Da hinten noch eine Icon bin ich raus. Zwei Team of the Week sogar. Und Oblak und Bronzett. Schill mal. Voll auffällig. Ich schwöre voll auffällig, dass der Account so voll hochgepatcht wurde. Dass man wieder zurückkommt. Ja, im Bereich bin ich. Wenn ihr mich wiederhaben wollt, dass ich aktiver Spieler bleibe. Weil ich war jetzt 2 Monate nicht in dem Account drin. Will ich noch mehr bitte ziehen. Dann kann ich es mir gerne überlegen. Ich spiele so krass jetzt mit denen, Freunde. Ich werde mir hier die besten Karten erholen auf dem Account. Nummer 2. Wir gehen rein. Natürlich kommt jetzt nicht immer was bei Rum, Freunde. Also auch nicht falsch verstehen. Aber... Ja, das wird glaube ich jetzt 84er Acuna. Oder? Ist halt eine 85. Ne? Ich glaube nur noch 84 dieses Jahr. 85. Okay. 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 Eins haben wir auf jeden Fall hier noch auf dem Account. Und dann bin ich auf Mias Preis gespannt. Und das letzte 83 mal 10 Pack. Wir bekommen Deutschland, Gunwalker, DA, ZOM. Oh. Ne, das ist schlecht. Brandt. Coins habe ich gelobt. Und die haben mich auseinandergenommen. Aber okay, gehört auch dazu. Ist in Ordnung. Wir haben glaube ich Mias Preis mittlerweile auf Foodbin. Und der ist too much. 2,2 Millionen Coins. Also man bekommt die für 600k weniger auf dem Markt. Das muss man sich erstmal zweimal überlegen, Freunde. Für 600.000 Coins weniger bekommt ihr Mias auf dem Markt. Ja, natürlich jetzt, weil sie halt viel günstiger, viel teurer als SBC ist. Passt sich der Preis einigermaßen wieder an und geht in diese Richtung. Liegt jetzt schon wieder bei 1,7 Millionen. Somit nur noch 500k. Teurer die SBC. Finde ich trotzdem viel. Klar, sie hatten einen extrem gewaltigen Dropgab die letzten Tage. Darf man nicht vergessen. Die hätten den Preis jetzt auch nicht auf 1,5 Millionen, finde ich, legen dürfen. Weil die Karte dafür einfach noch zu gut ist. Und 2,2 hat die A sich entschieden. Ist halt was fürs Langzeitcraften und so. Wenn ihr immer wieder Futter habt, könnt ihr die da reintun. Und mit der Zeit in den nächsten 3-4 Wochen werdet ihr dann Mias auf jeden Fall haben. Wer Bock auf die Karte hat. Aber ja, gerne mal eure Meinung zu mir in die Kommentare. Also zu dem Preis. Schweiter Tag. Wieder nächster Tag, Freunde. Und mehr hat der Content gestern nicht gereicht. Ich sag's euch, wie es ist. Deswegen dachte ich mir, nehm ich noch den Montagscontent mit. Und ich hab just for fun doch noch die Weekend League angefangen. Und stehe gerade 9-0. Ich wollte sie nicht zocken. Hab ich sogar in dem Video noch gesagt. Dachte mir, ey Robby. Aber für Tods, alle Coins, die ich bekomme. Selbst wenn es pro Weekend League 150 Kano sind, nehm ich mit. Einfach um da mehr Upgrade-Packs und mehr Coins zu haben. Menü ist ja echt ne Katastrophe. Ich stehe auf jeden Fall 9-0 gerade. Es läuft sehr gut. Vielleicht spiele ich die noch zu Ende. Vielleicht auch nur bis 11 Siege. Aber ja, das kurz dazu. Ich fand, äh, ich find All-Oi-Vayran bis jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Die SBC-Karte, die ich da abgeschlossen habe. Aber ein ganzes Feedback-Statement mache ich euch dann im nächsten Video, wenn ich die Weekend League zu Ende gespielt habe. Wir haben auf jeden Fall 81-Plus-Player-Picks bekommen. Die 80-Plus sind jetzt wieder abgelaufen. Jetzt sind wieder 81-Plus-Picks da. Sind aber wahrscheinlich, und 85-Plus-Profi, weil es auch gekommen ist, zweimal wiederholbar. Ist aber wahrscheinlich jetzt etwas eher teurer mit 8 Karten, nicht mehr 6. Aber okay, nehmen wir auch eben ein paar mit. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich hab sowieso gut Futter im Verein, deswegen muss ich die loswerden. Äh, hier die Duplik-Karte und können wir mal, just for fun, einen Player-Pick hier ausprobieren. Komm, und dann hab ich noch aufgesparte Picks, da gehen wir auch rein. Und die 85-Plus-Picks nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich find das Event, ehrlich gesagt, ja, zum Nachhinein, nachdem es drei Tage draußen ist, nicht so stark, muss ich sagen. Wir haben ja zum Beispiel einen Francescoli. Das war seine erste Special-Karte in dem FIFA-Teil, halt außer seine Base. Aber wir haben die 89er-Karte, die liegt bei 20.000 und die 91er liegt bei 80.000 Coins. An sich keine schlechte Karte, muss man sagen. Und wir haben das Beispiel mit Okocha, den ich euch auch schon vor ein paar Tagen hier gebracht habe. Okocha, 89er, 24.000, 90er, 100.000. Und der hat ein einfaches R-Plus-1-Upgrade nur bekommen. Und das wäre, oder fände ich es nicht Sinn des Events, man hätte das so gestalten können, dass man zum Beispiel hier diese Okocha-Karte hat. Die 89er-Karte. Und dann nicht nur eine 90er als Upgrade dann hat, sondern beispielsweise eine 92er. Wie bei Prinz, da ist sie auch eine 91 und 94. Und dann hat man zum Beispiel so eine Karte hier mit plus 4. Dann plus 4, plus 2, plus 1 von mir aus. So und so. Dass man vielleicht dann so eine Karte hat. Also was ich damit sagen will, schlechte Vision und die gute Vision sind beide am Ende nichts wert. Und in dem Sinne irgendwie schlecht. Und werden in einem Monat, also wird die keiner mehr spielen. Die kosten ja jetzt schon beide unter 100.000 fast. Also er kostet 420.000 und der geht auch, wenn es so weiter geht, bald unter 100.000. Deswegen, ich finde die Upgrades teilweise zu schwach. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die sind deutlich mehr in den Packs. Ich habe einen Ashley Cole schon gezogen. Man sieht einen Bobby Charlton sehr oft. Man sieht aber auch einen Ginola oft. Und daher liegt er nur, sage ich mal, bei 3,7. Ich habe einen viel schlimmeren Preis mir vorgestellt. Plus 5 Tempo nochmal bekommen und alles drum und dran. Trotzdem sage ich mal, nur 3,7. Ich habe das Gefühl, dass die Packrate da etwas besser geworden ist. Cafu auch nur bei 1,2. Bei Stats hätte ich mir den auch bei 2, 3 Millionen vorgestellt. Aber okay, das ist vielleicht eine positive Sache. Ich finde aber auf einzelne Karten wie Francescoli, Okocha und wie sie alle heißen leider nicht so gut. Aber okay, Freunde. Wir gehen rein. 85 mal 3. Ja, schade. Ich muss euch einen Pack zeigen. Warte mal. Ich habe gestern eine kranke Icon gezogen. Wie kommt der jetzt jetzt drauf? Ich habe gestern Abend natürlich gegrindet. Okay, leider kein Double Walkout. Und guckt euch mal an, was ich aus einem 83 mal 10 hier auf dem Main Account gezogen habe. Wir gehen rein. Erstmal hier ein Silberpack geöffnet. Können wir eben skippen. Dann 83 mal 10. Ne, erstmal das 51 mal Pack. So. Und jetzt das 83 mal 10 Pack. Ich habe eine wirklich starke, starke Icon gezogen. Vielleicht sogar so Top 5 Icon aus dem Event. Oder warte. 1, 2, 3. Ja. Top 4. Top 4, Freunde. Top 4 Icon gezogen. Erstmal hier Francescoli. Die gute Vision. Und dahinter ist. Guckt sich dann wie lustig eigentlich. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Francescoli. Die schlechte Vision. Also einfach beide in einem Pack gehabt. Ganz einfach, Freunde. So. Wir haben Xavi Alonso zweimal Francescoli. Also ich habe Xavi Alonso gestern gezogen. 590.000 Coins ist er gerade wert. Und ich zeige es euch hier nochmal, dass ihr seht. Das ist kein Fake. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich habe den im Verein. Aber noch kein Game gemacht. Auf jeden Fall habe ich gestern Xavi Alonso aus einem 83 mal 10 Pack gezogen. Also macht täglich eure 83 mal 10 Packs. Scheint sich ja dann doch zu lohnen. Ja. 81 mal 11. Ne, das ist es nicht. Hier seht ihr mein Team. Können wir nochmal Xavi Alonso zum Beispiel in den Verein packen. Und holen uns Xavi Alonso ran. Den will ich sowieso mal zocken. Ich lasse den jetzt auch mal drin. Schreibt mir gerne mal rein, welchen Camrys-Style. Hier seht ihr das nochmal. First Owner, Erstbesitzer. Schon eine sehr coole Karte, ne. Feiere ich. Keine Ahnung, warum die Bilder immer so rumbaggen. Aber okay, dann würde ich sagen, schließe ich mal kurz die 85 plus Playerpicks ab. Und Playerpick Nummer 2. Ich liebe diese Picks eigentlich. Komm. Zeigt mir warum. Ja, Renat. Nehmen wir beide mit. Tun wir in die Tauschdinger rein. Dann wollen wir uns ja mal die 81 plus Playerpicks hier anschauen. Komm. Wir haben mit 10, 11 Stück vorbereitet. Schauen uns die Dinger mal an. Und hoffen mal, dass wir wenigstens eine Specialkarte bekommen. Komm schon. Die sind ja auch gerade frisch rausgekommen. Da denke ich immer, dass die da, wenn die komplett frisch rauskommen, nochmal ein Stück mehr OP sind. Sieht jetzt aber nicht danach aus. 4 Picks. Und wir haben ein Walkout. Okay, nichts gesagt. Hier ist Bots. Dankeschön. Mit der Nase. Gön. Eriksen. Das sind so tote Dinger, ne? Bringt doch mal keine Ahnung. Eins von vier oder so. Oder halt eine niedrigere Anforderung, dass man mehr grinden kann. Hilft mir auch nicht. Was soll ich denn mit 84er, Freunde? Kann ich eine Team of the Week Upgrade SBC tun? Super. Freut mich. Oh, fast Carrasco mitgenommen. Declan Rice. Und zwei Stück haben wir noch. Skip. Okay. Zweiter Walkout. Und. Ja, 84er halt. Das einzig Positive ist, dass dieser Monat Tods Monat ist, Freunde. Mehr gibt es da echt nicht. Ich habe zwei Tage den Content mitgenommen. Und der war zwei Tage langweilig. Muss man so sagen. I can pick irgendwie nur immer einmal wiederholbar. Warum macht man es nicht dreimal wiederholbar? Dann hat man ein bisschen länger was zum Grinden. So Kleinigkeiten, die einfach fehlen in dem Spiel. Aber ey, ich bin der Letzte, der mich hier noch irgendwie aufregt. In jedem Video. Das geht langsam auch. Also es nervt mich auch langsam. Deswegen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem unterhalten. Wir haben nochmal einen Hero Player Pack. Oh. Keine Ahnung. Abidi Pelé. Cool. Ist das aber die Base? Champions League Abidi Pelé. Ich glaube, der ist sogar stark. Guckt euch mal die Stats an. Also aus so einem Zugabe-Pack. Unendlich wiederholbar ist der sogar stark. Hat der 4-4. Joa, ich sag 130.000. Nee. Guckt mal hin. 380.000. Nehme ich mit. Ist stabil. Okay. Wenn es euch dann gefallen hat, lasst gern ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich mit besserem Content. Dann bin ich aber erstmal raus. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Tschüss. 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 Tschüss.